Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte Fokker V1 in Detail Zweisprachige Edition mit Text in Deutsch und Englisch Dieses Hörbuch auf Deutsch Autoren Jerry Moss und Achim Engels Eine technische und geschichtliche Beschreibung dieses höchst innovativen Fokker-Entwurfes Inhalt Vorwort Einführung Andere fortschrittliche Entwürfe Belastungsversuche Was bedeutet dies? Allgemeine Beschreibung der V1 Einzigartige Merkmale der V1 Fokker Werksfotos Schräglagensteuerung Flugerprobung Die Frage der Abmessungen Ergebnis aus Foto- und anderen Quellenstudien Die Arbeiten vor der V1 V1-Aufbau V1-Flugfertig V1-Erste Änderung V1-Zweite Änderung V1-Zweite Änderung Zum Entwurf eines 3D-Modells Allgemeine Schlussfolgerungen Das 3D-Modell der Vokker V1 Weitere Informationen Quellen Weitere Literatur Anhang A Inflick-Norm Nummer 9 Anhang B Fotos weiterer Belastungsversuche Anhang C bis E Und treffen Sie die Autoren Vorwort Dieses Buch ist eine Neufassung der ursprünglich in Word over an Aero veröffentlichten Artikel von Jerry Moss Der Grund für diese Neufassung ist die Einarbeitung neuer Informationen und die Anpassung des Buches an die anderen in Detail Publikationen Außerdem werden die Informationen über dieses faszinierende Flugzeug durch die Veröffentlichung in der Reihe In Detail des Museums für Flugzeugbau und Technische Geschichte in Werschenbeuren MFTG einem breiteren Publikum zugänglich gemacht Besonderer Dank geht an Achim Engels für seinen Beitrag Die Durchsicht und Überprüfung des deutschen Inhalts Außerdem an Tom Gaylord für seine Durchsicht und seinen Beitrag Jerry Moss Autor des Buches Einführung In den Anfängen der Eindecker und Doppeldecker lag der Schwerpunkt auf dünnen Tragflächen mit vielen äußeren Drahtverspannungen Die ersten Fokker Flugzeuge wurden wegen der vielen Drähte und Seile die einem Spinnennetz glichen als Spinne bezeichnet Fokker suchte nach einem einfachen Weg die Stabilität der Flugzeuge von innen her zu erhalten anstatt mit externen Abspannungen und den damit verbundenen Leistungseinbußen Im Juni 1916 kam Martin Kreuzer der Chefkonstrukteur von Fokker bei einem Testflug mit einer D1 ums Leben Bis zu diesem Zeitpunkt hatten alle Fokker Flugzeuge dünne Tragflächen und eine Mischung aus Eindecker und Doppeldecker-Konfigurationen und Verspannungen Zu dieser Zeit arbeitete man bei Fokker an der Entwicklung neuer Prototypen der D-Klasse in der Hoffnung dem Militär ein neues Jagdflugzeug verkaufen zu können Fokkers letzter wirklich erfolgreicher Entwurf eines Jagdflugzeugs war die E-Serie von 1915 gewesen und Fokker war der Meinung dass er etwas Innovatives und Neues brauchte das schnell und billig zu bauen war Eine Reihe von Anregungen brachte Fokker dazu über radikalere Entwürfe nachzudenken Am 18. Januar 1916 Erstflug der Junkers J1 April 1916 Philehard Forsmann traf sich mit Fokker und besprach den Bau eines Satzes experimenteller Sperrholzflügel für die M20 Die Flügel wurden angeblich gebaut aber nicht verwendet 15. April 1916 Erstflug des Eindeckers von NFW E1 der einen dickwandigen zweiholmigen halb freitragenden Sperrholzflügel hatte Die NFW war zu dieser Zeit auf dem Flugplatz Johannistal unweit dem Hangar von Fokker angesiedelt 24. November 1916 Philehard Forsmann schickt einen neuen Satz Sperrholzflügel der M22 spätere D5 zu Testzwecken nach Adlershof Die Flügel wurden an Fokker geliefert Das Datum ist unbekannt Sie sind auf seinen Werksfotos zu sehen Fokker Fotos Nummer 794 und 899 22. Dezember 1916 Fokker flog die Junkers J2 Militärkennung E252-16 Dezember 1916 Erstflug der V1 von Fokker Genaues Datum unbekannt Der Bau begann Wochen vorher Könnte also von der Junkers J1 und J2 beeinflusst worden sein Fokker interessierte sich für jede Art von Flugzeugentwicklung auch für die Ergebnisse des Göttinger Windkanals dessen Ergebnisse in den technischen Berichten veröffentlicht wurden welche an alle Flugzeughersteller ausgegeben wurden Wie viel er von diesem speziellen Bereich profitierte ist unklar Fokkers Idee war es beide Konzepte zu kombinieren Dicke freitragende Flügel und Sperrholzbauweise Fokkers Experimente mit diesem neuartigen Konzept führten zu den hochinnovativen Prototypen mit den internen Bezeichnungen V1 V2 und V3 Die Weiterentwicklung des Rumpfes von der Fokker D5 zur V1 ist nachvollziehbar aber die Tragflächen und die Steuerung der V1 waren radikal neu Die Fokker D5 war ein typisches Flugzeug ihrer Zeit ein Doppeldecker mit dünnen Flügeln aerodynamisch ausgeglichenen Querrudern am oberen Flügel und mit dem bewährten Leitwerk das von Fokkers erfolgreicher E-Serie übernommen wurde Die V1 hatte dicke freitragende Holzflächen mit Sperrholzkastenholmen einen größeren Oberflügel und einen kleineren Unterflügel sowie eine tragflächenförmige Achsverkleidung Alle Flächen waren mit Sperrholz beplankt Der V1 Prototyp hatte ungewöhnliche Querruder an den Flügelspitzen und vollbewegliche Leitwerk- und Ruderflächen mit innenliegenden Ruderhörnern Dies war alles neu im Vergleich zu den vorhergehenden und bereits produzierten Flugzeugen Fokker Fokker begann im Dezember 1916 mit der Flugerprobung seiner V1 Es wäre sicher interessant seine Gedanken zum Vergleich der Junkers J2 mit der Fokker V1 zu erfahren Leider hat Fokker seine Meinung darüber nicht dokumentiert so dass wir es nie erfahren werden Es sei denn jemand findet einige Unterlagen Allerdings erwähnte er die Flugeigenschaften der V1 in seiner Biografie in einer rückblickenden und recht amüsanten Weise Ihre Leistung muss sehr beeindruckend gewesen sein und die gesamte Konstruktion war ihrer Zeit weit voraus wie wir in dieser Publikation sehen werden In mancherlei Hinsicht muss das letzte von ihm für die Stiegertruppe gebaute Flugzeug die E5 bzw. D8 als die ultimative Weiterentwicklung der V1 angesehen werden wobei einige technische Rückschritte in Kauf genommen wurden um sie besser in ihrem Zeitrahmen einzupassen was in gewisser Weise wirklich schade ist So kam es zur nächsten Generation von Fokkerflugzeugen und tatsächlich muss die V1 als Urahn aller Fokkerflugzeuge von diesem Zeitpunkt an betrachtet werden Sie ist ein äußerst wichtiges und innovatives Flugzeug und kann ihren Einfluss auf die erfolgreichen Fokkerjagdflugzeugkonstruktionen der letzten Kriegsmonate und seiner späteren Nachkriegsverkehrsflugzeuge gar nicht hoch genug einschätzen Denn mit der V1 leistete Fokker und seine Ingenieure entscheidende Pionierarbeit für spätere Flugzeuge Weitere Informationen zu diesen Aussagen aus der Quellenlage werden in diesem Buch unserer Reihe in Detail dargelegt Fokker gab ein neues Flugzeug in Auftrag das nach einer ganz anderen Konstruktion gebaut wurde Es erhielt die Bezeichnung V1 das sogenannte Versuchsmuster V1 unter der Werknummer 1458 Versuchsflugzeug war durchaus angebracht denn die V1 war buchstäblich ein fliegender Prüfstand für viele neue Ideen und war immer als Versuchsflugzeug gedacht Es ist sehr bedauernswert dass die Inspektion der Fliegertruppe kein Interesse in diesem Flugzeug als Jäger zeigte Andere fortschrittliche Entwürfe Während die V1 ihrer Zeit weit voraus war setzten andere Hersteller ebenfalls fortschrittliche Ideen um So zum Beispiel die Junkers J1 ein Boden Unterstützungs- und Angriffsflugzeug aus Ganzmetall das 1917 in Betrieb genommen wurde Sie wurde aus einer langen Reihe von früheren Ganzmetallflugzeugen von Hugo Junkers entwickelt Die Aviatik C5 mit Möwenflügeln erschien 1917 als Experiment zur Verbesserung der Sicht der Besatzung Die Daimler L11 ist ein weiteres Beispiel dafür wie die Hersteller das Design vorantrieben In einer Version wurden während der Entwicklungsphase sogenannte Servolaschen eingebaut um die Belastung der Querrudersteuerung zu verringern Die Condor E3 war ebenfalls ein Beispiel für ein Flugzeug das die Entwicklung vorantrieb Es handelte sich um einen Hochdecker mit einer einzigartigen Flügelstruktur mit Außenverrippung Roland D16 Ein Hochdecker mit stoffbespanntem Flügel während der Rumpf aus Sperrholz bestand Roland V19 Entworfen um in ein U-Boot zu passen mit einer einfachen Struktur und Konstruktion Sablatnik C3 war ein Tiefdecker wie sie später allgemein üblich wurden Schüttelanz D6 war ein Hochdecker mit zusätzlichen Tragflächen welche die Flügelstreben bildeten Es gibt viele weitere Beispiele für Konstrukteure die die Grenzen der Technik ausreizten und nicht allen gelang es Produktionsaufträge zu erhalten Die folgenden drei Jagdflugzeugwettbewerbe in Adlershof halfen den Behörden die besten Flugzeuge der damaligen Zeit zu ermitteln und diese gingen in Produktion sofern sie die entsprechenden EAT-Flieg-Tests bestanden Man kann also sagen dass Fokker nicht anders als andere Hersteller nach Innovationen suchte und diese in der Praxis erproben ließ Belastungsversuche Eines ist ganz offensichtlich Es wurde viel experimentiert getestet und durch Versuch und Irrtum gelernt Wir zeigen in diesem Abschnitt auch Fotos die nichts mit der V1 zu tun haben um das Verständnis für die Entwicklung des neuen Entwurfs zu fördern Einige dieser nicht verwandten Bilder zeigen die damalige Denkweise wie zum Beispiel der Vorrichtung zur Veränderung des Anstellwinkels Werksfotos 804 und 807 Einige Fotos sind zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar Insgesamt haben wir 329 Fotos untersucht von denen wir nicht alle hier zeigen da sie nicht mit dem Thema in Zusammenhang stehen Die statischen Belastungsversuche nach EAT-Flieg-Vorgaben waren Fall A Abfangen aus dem Sturzflug Fall B Gleitflug Fall C Stirndruck und Fall D der Rückenflug Diese Fälle und Lastannahmen sind in den verschiedenen hier gezeigten Fokker Fotos auch zu sehen Wir sollten hier jedoch erwähnen und verstehen dass diese Belastungsszenarien von EAT-Flieg aufgestellt und ausgearbeitet wurden und in den Bau- und Liefervorschriften Fächeresflugzeuge veröffentlicht wurden Was Fokker unabhängig davon tat war eine Struktur zu entwerfen und sie dann den geforderten Belastungen auszusetzen und zwar in Bezug auf Richtung und Ort der resultierenden Kraft Wenn eine Struktur stärker war als gefordert wurde sie leichter gemacht und erneut getestet bis das Ergebnis ein ausgefeilter Entwurf war Dies wiederum führte zu einer Konstruktion die stark genug war um allen erwarteten Belastungen standzuhalten und gleichzeitig die Leistung des Flugzeugs zu verbessern half Erst wenn dieses Ziel in Fokkers Entwicklungsabteilung erreicht war wurden die Flugzeuge dem Militär übergeben und dort der sogenannten Typenprüfung unterzogen bevor sie vom Militär bei der Firma in Produktion gegeben wurden Im folgenden zeigen wir alle Fokker Werksfotos die im Zuge der Entwicklung der V1 in Bezug auf Belastungen gemacht wurden Foto 796 ein Kastenholm unter Belastung im Fall B Testnummer 110 1300 kg das entspricht einer dreieinhalbfachen Last Foto 798 Kastenholm ebenfalls Fall B nochmal Testnummer 110 Bruch bei 1420 kg das entspricht einem Lastvielfachen von 3,8 Foto 799 Testnummer 108 eine Sperrholzrippe mit großen Erleichterungslöchern 425 kg das entspricht 11-facher Belastung Foto 800 Testnummer 107 200 kg 5-fache Belastung Foto 801 Test mit einem Sperrholzrippen und Sperrholzhaut 210 kg 210 kg 5-fache Belastung Foto 802 Profilschienen mit Sperrholzholm und Innenversteifung aus Rohren Testnummer 115 1450 kg 1450 kg das entspricht der 6,3-fachen Last der Bruch trat am unteren Flügelbefestigungsgelenk ein Foto 803 Testnummer 104 Rippe mit durchlöcherten Sperrholzrippen 2 Stück Sperrholzbeflankung 390 kg 9-fache Belastung Foto 804 Rumpfstruktur mit welcher der Einstellwinkel des oberen und unteren Flügels verändert werden kann Ist dies der Prototyp für die Anpassung der Einstellwinkel der oberen Flügel der V1? Foto 805 Fahrwerksbelastung eines Flugzeugs mit Reihenmotor möglicherweise der D1 Foto 806 Holmversuch Vielleicht Testnummer 116 Aufbau wie Bild 802 oder Nahaufnahme von 802 Profilschienen haben nachgegeben die oberen und unteren Befestigungspunkte sind noch verschraubt Beachte die Skizze der Rippen Die nächste Generation Was bedeutet dies? Aus diesen Bildern geht hervor dass Focker viele Versuche durchführte um neue Metall und Sperrholz Konfigurationen zu erproben Zweitens ist die Liebe zum Detail und die Erforschung neuer Ideen offenkundig Auf der Suche nach der besten Kombination wurden gemischte Materialstrukturen aus Stahl, Holz und Aluminium bzw. Dural ausprobiert Auch wenn einige dieser Ideen aus der Zusammenarbeit mit Junkers stammen mögen zeigen sie doch dass Focker einen anderen Ansatz verfolgte Sperrholz wird in vielen Anordnungen verwendet und es scheint ein Bestreben zu sein herauszufinden was das Material aushalten kann und wie es am besten zu verwenden ist Es wäre interessant zu erfahren wie hoch die relativen Kosten für Sperrholz waren das nach einer gewünschten Spezifikation hergestellt wurde im Vergleich zu verfügbarem Lagermaterial Ohne endgültige Daten wird angenommen dass Sperrholz pro Quadratmeter teurer war als Fichtenholz guter Qualität Wenn Focker versucht hat die Kosten zu senken warum hat man dann Sperrholz verwendet? Die Antwort muss in den Fähigkeiten und der Flexibilität von Sperrholz im Vergleich zu normalem Holz liegen Das wirft die Frage auf warum Stahlrohrrümpfe bei Focker zum Standard wurden lange bevor andere Hersteller dies taten Es liegt nahe anzunehmen dass Focker weitsichtig genug war viele Ideen miteinander zu kombinieren nicht nur seine eigenen Siehe hierzu auch später Anhang B weitere Testbilder Allgemeine Beschreibung der V1 Die V1 war eine radikale Abkehr von der konventionellen zeitgenössischen Flugzeugkonstruktion und Denkweise Die Tragflächen hatten einen dicken Profil Querschnitt Die Flugsteuerung bestand aus beweglichen Teilen Die Querruder an den Flügelspitzen zum Beispiel drehten sich auf einem Torsionsrohr und alle Steuerdrähte befanden sich im Inneren des Flugzeugs Einzigartige Merkmale der V1 Nummer 1 in unserem Foto Aerodynamisch ausgewogene vollständig bewegliche Querruder nach dem Vorbild in Blérios 6 Libelul Libelle von 1907 Zweitens in unserem Foto Pendelflächen für Höhen- und Seitenruder die alle aerodynamisch ausgeglichen sind Die Größe des Seitenruders wurde in der letzten Umbauphase reduziert Drittens Freitragende Flügel mit Sperrhausbeplankung Ein Hinweis auf das, was in der Zukunft mit Metallbeplankung kommen sollte Die Möglichkeit den Anstellwinkel des oberen Flügels im Flug zu verstellen Stromlinienform auf die Spitze getrieben wiederum ein Vorgeschmack auf die Zukunft Drittens in unserem Foto dicke Tragflächenprofile 20% gegenüber 5-6% die die Grundlage für alle zukünftigen Fockerflugzeuge bilden Die Flügelverkleidung am Fahrwerk Nummer 4 in unserem Foto die später bei den meisten Fockerflugzeugen zur Standortausrüstung gehörte Von diesen Merkmalen wurden die dicken Tragflächen und die Fahrwerksverkleidung bei vielen Fockerflugzeugen und späteren modernen Flugzeugen zur Grundausführung Die Fockerwerksfotos Zu jedem Foto gibt es eine Bildunterschrift mit einer Interpretation des Fotos Alle Fockerwerksaufnahmen stammen aus dem Archiv des Museums für Flugzeugbau und Technische Geschichte in Wäschenbeuren MFTG Foto 843 Erster V1 Unterflügel in Gemischtbauweise Die Konstruktion scheint überwiegend aus Metall zu bestehen wahrscheinlich aus Aluminiumwinkeln mit einigen Sperrholz und Holzfüllungen Die Holme sind Sperrholzstege mit zwei Winkeln um die Zug- und Druckgurte in I-Trägerform zu bilden Die Hinterkante 1 besteht aus Stahlrohr Die Vorderkante ist auf die gleiche Weise geformt 2 An den beiden inneren Rippen werden Querverstrebungen aus Stahlrohren angebracht Zwischen den beiden Holmen an der Innenseite der letzten Außenrippe befinden sich Holzfüllglötze 3 Die Enden der Holme sind mit einem Holzklotz verbunden Die inneren Rippen haben nur im mittleren Bereich Füllglötze Der Tisch auf dem die Tragfläche steht scheint eine Art Schablonentisch oder Bauform zu sein Unklar wofür Höchstwahrscheinlich für diese Tragfläche Die Struktur stellt die erste Version des unteren Flügels dar Bild 864 zeigt massive Rippen ohne Erleichterungslöcher zumindest die äußerste Bild Bild 865 zeigt ebenfalls massive Rippen für alle Positionen Es ist also wahrscheinlich dass mindestens zwei Unterflügel hergestellt wurden Foto 845 Unterer Flügeltestfall A 600 Kilogramm entspricht fünffacher Belastung Der Mittelteil ist mit einer professorischen Sperrholzplatte 1 abgedeckt und mit Sand beschwert Dies trägt zur Erhöhung der Gesamtlast bei und reduziert die Biegemomente die hier am Holm im Mittelteil auftreten Hiermit werden gleichzeitig die Festigkeiten der Flügel Aufhängung geprüft Hinter dem unteren Flügel befindet sich der obere Tragflügel in einer Vorrichtung für weitere Belastungen Foto 846 Obere Tragfläche umgedreht in der Belastungsvorrichtung aufgehängt an den Befestigungspunkten der Tragfläche Die Querruder 1 in Neutralstellung 2 eingespannt Man beachtet die Form des Querruders Die Flügelspitzen verdrehen sich komplett 4 Flügel Befestigungspunkte nur 3 hiervon sichtbar bei Position 3 Foto 847 Focker V1 Oberflügel im Fall A 1080 Kilogramm Es entspricht der dreifachen Belastung Foto 848 VKV1 Oberflügel ohne Nummer Fall A 1080 Kilogramm dreifache Belastung Selbes wie 847 Man beachte auch den unteren Flügel der für die Prüfung im Hintergrund bereit steht 1 Foto 849 VKV1 Oberflügeltest Fall A Derselbe Vorgang diesmal lasten 1260 Kilogramm das entspricht der 3,5 fachen Belastung auf dem Tragflügel Querruder wurde demontiert Foto 850 immer noch derselbe Vorgang VKV1 Oberflügel ohne Nummer Fall A diesmal wurde das Gewicht auf 1980 Kilogramm erhöht was der fünffachen Belastung entspricht Foto 851 noch mehr Last auf dem selben Flügel jetzt beträgt die Sandlast 3060 Kilogramm das entspricht der achtfachen Belastung Foto 853 derselbe Testvorgang diesmal ist der Flügel mit 3780 Kilogramm das entspricht der 9,5 fachen Belastung beladen Bruch der Flügelnase beachten sie den Sand am Boden da die Vorderkante versagt hat ganz schön beeindruckend was Focker in seinen Versuchen ermittelte Foto 854 diesmal der untere Tragflügel ebenfalls Testfall A 1200 Kilogramm das entspricht der zehnfachen Last 70 Millimeter Durchbiegung wurden bei diesem Test festgestellt Foto Das ist die erste Version des Flügels mit ausgeschnittenen Rippen mit Erleichterungslöchern Diese sind gerade noch auf der linken Seite des Bildes sichtbar Foto 864 Untere Flügelaußenspitze Die obere Seite der Flügelspitze ist noch unbeplankt aber das Sperrholzteil wurde vorbereitet und passend geformt Man beachte die grob gefertigten Holmenden mit Lücken zwischen den Holmgurten Sehen Sie auch dass hier die Rippen Stege noch ohne Erleichterungslöcher ausgeführt sind Der Flügel Randbogen 1 ist laminiert und hat zusätzliches Material wo die Vorder- und Hinterkante sowie die Holmenden aufeinandertreffen Focker triebt die Versuche auf die Spitze als er den Unterflügel der V1 mit einem Maschinengewehr durchlöchern ließ um zu sehen welche Schäden hierbei auftreten können Foto 991 Die Oberseite des Unterflügels mit Einschusslöchern Foto 988 Der durchsiebte Unterflügel wird entsprechend immer noch einer fünffachen Sicherheit Die Schräglagensteuerung der V1 also die Anlenkung der Flügelspitzen als Querruder ist etwas aufwendiger wie bei herkömmlichen Flugzeugen Um das alles zu verstehen werden wir hier die einzelnen Focker Werksfotografien der Details aufschlüsseln Foto 859 Querruder Steuerung und Kabel Die Steuerstange 1 ist mit der Steuerwelle der Steuersäule mittels eines Kardan-Gelenkes verbunden Im Hintergrund früherer Flügel der V1 mit den unter der Last gebrochenen Bereichen 2 Ausschnitt an der Flügelhinterkante für den Zugang des Piloten 3 Befestigungspunkte der hinteren Flügelstreben 4 Vergrößerung und Ausschnitt von Foto 859 Einzelheiten der Querruder Steuerstange Dies ist eine Teleskopstange 1 Das Ende hat ein Rohrlager 2 Foto 862 Bereich der Querruder Umlenkhebel Umlenkhebel Spinnenrahmen 1 Spannschlösser 2 Umriss der Flügelklappe 3 Querruder Steuerstange 4 Steuerhorn für Querruder Kabel 5 Foto Nummer 860 Die linke Querruder Anlenkung Das Endlager ist mit drei Rohrnäten an der ersten Rippe an der Innenseite des Flügels befestigt 1 Das Steuerhorn befindet sich im Flügel Inneren 2 Der äußere Lagerbock 3 ist mit zwei Schrauben am verstärkten Holm verschraubt vermutlich M8 Schrauben Die Endrippe des Flügels hat große Ausschnitte vor und hinter dem Holm um den Zugang zum Steuermechanismus zu ermöglichen Die innere Querruderrippe ist ebenfalls mit Rohrnäten 5 am inneren Lager befestigt und so am Querruderholm angebracht 4 Die Verbindung zwischen Rippe und Holm wird durch Dreikantleisten erreicht 6 Dieses Merkmal findet sich auch bei späteren Vorkaufflugzeugen Auffallend ist, dass sich das Rohr des Querruderholms nach außen hin Konisch verjüngt Foto 861 Das Bild ist zwar nicht sehr deutlich zeigt aber die Gesamtanordnung der Querrudersteuerung von den Steuerseilen 1 den Umlenkrollen 2 dem Drehmomentrohr 3 und der Innenrippe des Querruders 4 Die 8 aufgeweiteten gespreizten Rohre 5 halten den Querruderholm an der inneren Querruderrippe in Form von Nieten Außerdem sind große Unterlegscheiben zu sehen um die Festigkeit zu erhöhen und die Last auf das Sperrholz zu verteilen Die Querruder Innenrippe 4 ist mit zusätzlichem Sperrholz um den Festigungspunkt des Drehmomentrohrs und einem Stück nach hinten zur Hinterkante der Rippe hin versehen Foto 863 Querrudereinlenkung wie Bild 860 zeigt die Innenansicht Die Innere Lagerplatte 1 abgekantet und mit der Rippe vernietet und dem Holm verschraubt Die Innere Querruderrippe 2 und der Querruderholm 3 sind mit 8 Rohrnähten befestigt um die Platte zu sichern Die Außenseite der Rippe ist mit zusätzlichem Sperrholz 4 verstärkt Foto 865 Ansicht von hinten Das Bild zeigt die V1 in ihrer Gesamtheit ohne jegliche Beplankung der Flächen Die zweite Version des unteren Flügels ist montiert das heißt mit Rippen ohne Löcher 1 Obere Tragfläche ohne Querruder montiert Steuerung Lose Sehr komplexe Struktur um Seiten- und Höhenruder Zusätzliche Querverstrebungen an den Höhenrudern 2 Höhen- und Seitenruder scheinen die gleichen allgemeinen Abmessungen zu haben Sie könnten identisch sein was sinnvoll wäre Die Ruderhörner befinden sich im Inneren des Rumpfes Zwei MGs und Munitionskisten sind verbaut Die Rohre zur Einstellung der Flügeleinstellwinkel und die Querruder Steuerstange 3 sind gerade noch zu erkennen Der Rumpf ist ein Stahlrohrrahmen wie bei der E3 also der M14 Der stromlinienförmige kreisförmige Querschnitt des Rumpfes wird aus dem quadratischen Rumpfgerüst aufgebaut in dem Stahlrohre über eine Reihe von Stahlrohrringen um den Rumpf gelegt werden Die Sicht in das Cockpit wird durch die übliche in den Rahmen eingenähte Stoffbahn an der Rückseite des Cockpits versperrt 4 Foto 866 Ansicht des vorderen Rumpfes und der Tragflächen Der Motor der Kraftstofftank die Munitionskästen und die beiden Maschinengewehre sind deutlich zu erkennen Der Sitz ist eine einfache Rohkonstruktion mit einer Rückenlehne aus Stoff und die Sitzfläche ist wahrscheinlich aus Sperrholz Die unteren Sitzgurte sind am unteren Querrohr befestigt Die Sperrholzplatten 1 unter dem oberen Flügel haben einen unbekannten Zweck, da sie nicht der endgültigen Anordnung entsprechen Es scheint, dass alle Kraftstoff- und Ölleitungen bereits angebracht sind Der Kühl- bzw. Abgaskanal an der Unterseite des Rumpfes ist montiert 2 Die Einstellwinkelsteuerung der Tragfläche ist deutlich zu erkennen Sie wird auf den nächsten Bildern näher beschrieben Foto 867 Rechte Vordereinsicht Sie zeigt den Motor und die Anordnung des Brandschutz gut Man beachte die Position der Baldachinstrebe in Bezug auf den Brandspand Die Motorbefestigungsbolzen sind mit einer Sicherung versehen 1 Es handelt sich um einen federbelasteten Beschlag der die Schraube gegen Verdrehen sichert wie dies seit der E3 also der M14 üblich gewesen ist Die Anordnung des Brandschutz und der Motorhalterung entspricht ebenfalls dem Modell E3 Der Brandspand besteht aus zwei Teilen von denen einer am Motorträger und der andere am ersten Rumpfspand befestigt ist Der Kühl- bzw. Abgaskanal des Triebwerks ist deutlich als Ausschnitt in der Rumpfstruktur zu erkennen 3 Die einzigartige Fahrwerkstrebe zwei äußere V-Streben und ein einzelnes mittleres umgekehrtes V sind deutlich zu erkennen diese gab es bei späteren Vorkauflugzeugen nicht mehr Die Innenbespannung des Hauptrades trägt die Aufschrift Innen und eine Lederverstärkung für den Zugang zum Reifenventil Dieser scheint eine geschnürte Abdeckung zu haben Die Seitenroderpedale sind zu sehen mit ihrer abgerundeten Bügeln für die Füße des Piloten Von der oberen Tragfläche hängt etwas ins Cockpit und verdeckt leider den Sitz und andere Details Die Einstellvorrichtung für die Einstellwinkel des Flügels wird auf den nächsten Bildern beschrieben 6 Der Stoffteiler hinter dem Pilotensitz ist an seinem Platz und mit dem rohrförmigen Ring verbunden der die Formrohre trägt Ausschnitt aus Foto 866 Mechanismus für die Einstellung des Einstellwinkels Querruder Querstange zweiteilig 1 Der obere Teil ist teleskopartig der untere an der Steuerwelle befestigt hintere Flügelstreben 2 Unterer Drehpunkt für Streben 3 Kurbelgriff der Einstellspindel 4 Steuergriff 5 Spindelstange und Umlenkhebel 6 Die gelben Linien zeigen die Anordnung der Steuerstangen Die obere und die untere Stange sind mittels eines Kardan-Gelenks verbunden Ausschnitt von Foto 867 Einstellmechanismus für Einstellwinkeländerung Hintere Flügelstreben 1 Kurbelgriff der Einstellspindel 2 Unterer Drehpunkt für Streben 3 Spindelstange für Umlenkhebel 4 Foto 868 Baufoto Fahrwerksflügelstange Struktur Motor Entlüftung und einige Innendetails unterhalb des Motors Anteil der Ölpumpe 1 ist sichtbar Es scheint eine Standard Diron oder eine Kopie zu sein Die Welle des Drehzahlmessers 2 ist sichtbar Der Lufteinlass für den Vergaser ist ebenfalls zu sehen allerdings ohne Ansaugrohre oder Filter 3 Man beachte dass die erste Version die flog keine externen Ansaugrohre hatte Sie befanden sich im Rumpf Das überarbeitete Modell hatte standardmäßige externe Ansaugrohre Die Motorhaubenbefestigung ist sichtbar Eine Doppelseilanordnung die an einer Schraube befestigt ist die mit einem Bolzen hängt 4 Die Fahrwerksbefestigungsbolzen sind deutlich zu sehen und scheinen die später genormten Kugelfannen zu sein 5 Die Kraftstoff Entlüftungsrohre sind zu sehen durch die überschüssiger Kraftstoff aus dem Vergaser abfließen kann 6 Die vordere Cockpit Bodenstütze ist zu sehen 7 Der Boden scheint mit Fersenführungsleisten versehen zu sein deren Form nicht klar ist aber möglicherweise der Anordnung des DR1 also der späteren V5 entspricht 8 Die Pedalhalterung ist auch dargestellt wie sie sich über den Boden hinunter bis zum Rahmen Querrohr erstreckt 9 Der Fahrwerksflügel ist sehr gut zu erkennen und zeigt die Details der Rippen der Metallrohrholme und des Achslagers mit einem zentralen Befestigungspunkt für die umgekehrte V-Strebe Die Alurohrholme 10 des Fahrwerksflügels sind aus Blech gefertigt und gerollt und genietet was auf dem Foto sehr gut zu erkennen ist Auch das Gummiseil für die Abfederung ist angebracht Mindestens 9 Wicklungen sind vorhanden 11 Die Achse ist ein dickwandiges Stahlrohr Flugerprobung Dieser Teil befasst sich mit den Flugtests und der weiteren Entwicklung des Flugzeuges Es gibt zwar keine bekannten Testaufzeichnungen aber die Fotos zeigen eine Reihe von Änderungen am Flugzeug die direkt mit der Handhabung und Wartung zusammenhängen Wie in den vorangegangenen Abschnitten gibt es zu jedem Foto auch je wieder einen Kommentar der einen Blick auf das Foto und seine Bedeutung wirft Abgesehen von Fokker der jedes neue Flugzeug flog ist unklar wer die V1 noch geflogen hat Es muss auf alle Fälle eine spannende Zeit in Schwerin gewesen sein Foto 873 Es zeigt Flugzeuge außerhalb des Hangars auf dem Flugfeld in Schwerin Görries bereit zum Flug Außer der V4 ist von Friedrichshafen ein G2 Bomber mit Erkennung G16 Schrägstrich 15 bei der Wartung zu sehen Man beachte an der V1 die Zugangsluke direkt hinter und unterhalb der Flügelstrebe Diese wird später geändert Foto 882 Rückansicht Obere Tragflächen Klappe für die Wartung aus Aluminium 1 Für den bereits beschriebenen Querruder Umlenkhebel und die Stange Die Oberseiten der beiden Tragflächen und der Fahrwerksverkleidung erscheinen in einem dunklen Ton Jemand sitzt auf dem Pilotensitz und die Stromlinienform ist auf diesem Foto gut zu erkennen Der Geschwindigkeitsmesser ein Schalenkreuz Anemometer von Wilhelm Morell ist an der unteren Steuerbord Tragfläche montiert 2 Die Stoßstellen der Flügelbehäutung sind an jeder dritten Rippe ausgerichtet 3 Die Querruder an der Flügelspitze sind ebenfalls deutlich zu erkennen 4 Auch die Pendelruder also Seiten- und Höhenruder sind gut zu sehen 4 Foto 884 Blick von vorne Man beachte das Loch in der unteren Motorhaube Es wird zum Ölen der Ventiltrieblager des Zylinderkopfes und zum Einspritzen von Benzin in die einzelnen Zylinder im Rahmen des Motorstarts erforderlich gewesen sein Foto 885 zu ermöglichen Die obere Tragfläche wurde an einem besonderen Rahmenwerk über dem Rumpf montiert Die untere Tragfläche befindet sich unter der oberen Tragfläche Wobei unklar ist wie sie hier befestigt ist Höchstwahrscheinlich auch an den Flügel Montage beschlägen Die Rumpf Verkleidung vor dem Cockpit aus Aluminium mit einer gebürsteten Oberfläche wie bei der Motorhaube und dem Spinner Foto 887 Bereit zum Abflug Schalen Anemometer montiert 1 Keine Ansaugstutzen Auf den späteren Fotos sind die Ansaugrohre bündig mit der Außenhaut im heute bekannten Grenzschichtbereich Der Öleinfülldecken ist bündig mit der oberen Verkleidung 2 Zugangsklappe unten an der Seite 3 Auch die Klappe ist wie die Motorhaube aus gebürstetem Aluminium gefertigt Die Stoffbespannung scheint ihre natürliche Farbe zu haben da sie einen helleren Ton hat als das Aluminium Die Tragflächen sind hoch glänzend und haben sicher einen Überzug mit Bootslack Fokker im Cockpit Hier handelt es sich möglicherweise um eine Aufnahme kurz vor dem ersten Flug Keine Transportschienen montiert Foto 924 Fokker vor der Maschine Ansicht von vorne rechts Tony Fokker steht vor der unteren Flügelwurzel Die Motorhaube hat einen weiteren Bolzen und einen Haubenbeschlag direkt vor der oberen Kabinenstrebe 1 Dies würde vier dieser Befestigungssätze für die Motorhaube ergeben Transportschienen Der rechte Flügel hat ein Morell Schalenkreuz Animometer als Farbmesser 2 Der Farbton von Propeller und Flügel passt gut zueinander Unter der oberen Tragfläche sind Transportschienen angebracht 3 Fotos 927 und 928 sind hier zusammengefasst Fokker im Cockpit seines Flugzeugs Tony Fokker sitzt laut seiner Uhr um 12.17 Uhr im Cockpit an der Hinterkante des mittleren Flügelteils ist ein Lederpolster angebracht 1 Die obere Tragflächenklappe hat zwei Drehklammern 2 zur Sicherung Zum Entriegeln werden sie um 90 Grad gedreht Die Querruder Schubstange hat ein großes Loch quer über die Tragfläche Da die Steueranlenkungen wie zwei Kipphebel wirken 3 Die hintere Spannturmstrebe mit der Flügelanstellvorrichtung scheint sich in der oberen Position zu befinden 4 Zusätzlicher Flicken zur Verstärkung des Gewebes um das Loch Es ist eine kleine rechteckige Windschutzscheibe eingebracht 5 Der Lederbereich des Cockpits ist sehr gut verarbeitet und schließt bündig mit dem hinteren Rumpfteil ab Foto 930 Landung Das Flugzeug landet gerade Dies ist einer der Testflüge Wie viele gemacht wurden ist derzeit nicht bekannt Animometer ist montiert Die Ansauglöcher des Vergasers sind sichtbar 1 Kein Spinner montiert Gab's vielleicht Kühlungsprobleme? Seitliche Wartungsklappe in der unteren Position 2 Tragflächentransport Schienen sind montiert 3 Dies ist auch als Einflug zwischen dem ersten und den späteren zu erkennen da der Motor in diesem Stadium noch nicht nach vorne verlegt wurde was später erkennbar ist Foto 948 Pocker und Freunde Zugangsklappe zum oberen Flügel für den Quer- oder Umlenkhebel 1 Die Motorhaube liegt weiter vorne mit einem deutlichen Spalt zwischen den Baldachinstreben und der Haube schätzungsweise zwischen 50 und 75 Millimeter Dies ist auf dem nächsten Foto auch gut zu erkennen Querruder Steuerstange 2 Man beachte dass die Position der Luke hinter der Flügelstrebe verlegt wurde Foto aus dem amerikanischen Magazin wird über ein Aero Nummer 44 das die vordere Rumpfverlängerung und die Wartungsklappe hinter der Flügelstrebe zeigt Dieses Foto ist kein Foto als als Werksaufnahme Fockers entstand Es ist eine Privataufnahme Es hat den Anschein dass eine Reihe kleinerer Änderungen vorgenommen wurden wie die Verlegung der Wartungsluke des Motors Die Rumpfverlängerung ist jedoch eine größere Veränderung Sollte damit die Handhabung verbessert werden oder war das Flugzeug schwanzlastig Könnte diese Rumpfänderung die Größenunterschiede erklären die wir uns im nächsten Abschnitt zu den Größen des Flugzeugs anschauen wollen Die Frage der Abmessung der V1 Die Frage nach den tatsächlichen Abmessungen dieses Flugzeugs scheint eine wesentliche zu sein vor allem weil die Quellenlage hier etwas verwirrend ist Wie groß ist dieses Flugzeug Die Abmessungen der V1 sind leider nicht genau überliefert und die Änderungen die das Flugzeug während seiner Erprobungsphase erfuhr könnten einige der Abweichungen erklären die in der Literatur vertreten werden In Anbetracht der Datenlage sollte man jedoch annehmen dass es eine gewisse Übereinstimmung geben könnte dies ist jedoch nicht der Fall Die verwendeten Quellen waren das Focker Typenblatt Wales Buch Focker The Creative Years und Worldtubein Aero Zeitschriften und die darin veröffentlichten Artikel Worldtubein Aero Nr. 122 hat sowohl das Focker Typen Datenblatt und einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Größenangaben zitiert Die Focker Typenliste ist die einzige offizielle und verlässliche Quelle für die Abmessungen der V1 die es bisher gibt Bei den anderen drei Quellen handelt es sich um die Messungen des jeweiligen Urhebers und es ist unklar wie oder woher sie stammen Verglichen mit der Focker Typenliste haben die Zeichnungen von Herb Kelly einen um 0,9 Meter zu kurzen Rumpf und eine um 0,54 Meter zu kurze Spannweite Als Quellen für die Zeichnung von Herb Kelly sind die drei Seiten Ansichten in Wales Buch The Creative Years angegeben Wie diese entstanden sind ist auch fraglich Warum also gibt es Unterschiede zwischen Wales und Kellys Zeichnungen Wenn man die Fotos analysiert und einige grundlegende Berechnungen einstellt kann der Rumpf kaum länger als 5,8 Meter gewesen sein Tatsächlich sind 5,0 Meter angesichts der Flügelspannweite und des angenommenen Raddurchmessers besser Das Schlüsselfoto für derartige Berechnungen ist 886 Dass die an der Oberseite eingeschraubten Flügel in der Transportposition zeigt sodass die Rumpflänge und die beiden Flügelspannweiten auf demselben Bild zu sehen sind Es gibt hier ein paar absolute Größen Eine davon ist dass der Propeller entweder 2,60 oder 2,62 im Durchmesser haben wird da dies die Standard Propeller für sowohl die Leron Motoren waren als auch für die deutschen Nachbauten der Firma Oberursel Also hier bereits eine mögliche 20 mm Variante In Herb Kellys Zeichnungen sind die Räder mit 700 mm mal 75 mm angegeben Die folgende Liste enthält die Standard Reifengrößen für ausgewählte deutsche Flugzeuge Idflik Rads Reifenspezifikationsblatt ist als Anhang A die Idflik Norm Nummer 9 verschiedene Reifengrößen von anderen deutschen Flugzeugen beigelegt Die Fokker D5 hat 650 Millimeter Durchmesser Reifen Fokker E1 bis E3 D2 und DR1 haben 710 Millimeter mal 85 Millimeter Reifen Falls D3 D3 A und D12 haben 760 Millimeter Reifen In den Idflik Spezifikationen wird kein 700 mal 75 Millimeter Reifen für den deutschen Einsatz erwähnt Oder weiß es jemand besser In Anbetracht dieser Informationen und des Gewichts des Flugzeugs Fokker Typenliste gibt das Gewicht der V1 mit 653 Kilogramm an War der Standard Reifen 710 mal 85 Millimeter geeignet Dies würde eine 40 Millimeter Achse ermöglichen und die Last eines Flugzeugs von bis zu 1000 Kilogramm tragen Das würde es ermöglichen diese Größe auch in den Modellen V2 Gewicht 921 Kilogramm und V3 Gewicht 938 Kilogramm zu verwenden ohne irgendwelche Konstruktionsänderungen vornehmen zu müssen Die einzigen anderen bekannten Abmessungen sind die Abmessungen des Motors die auf dem Foto schwer zu bestimmen sind Zählt man die Anzahl der Rippen im oberen Flügel anhand von Foto 865 oder Foto 882 so kommt man auf 27 Rippen einschließlich der Flügelspitzen Bei einem Rippenabstand von 300 bis 350 Millimetern entspricht das einer Spannweite von 8100 bis 9455 Millimeter Wir wissen dass eine Sperrholzplatte 1,20 mal 1,20 groß war was mit einem Rippenabstand von 300 Millimetern übereinstimmen würde sodass die Flügelspannweite mindestens 8100 Millimeter betragen würde womit die Focker Typenliste um 0,4 Meter zu groß wäre Dies würde auch erklären warum jede dritte Rippe eine breitere Rippenkappe hat die es ermöglichen würde die Sperrholzplatten sowohl am oberen als auch am unteren Flügel auf Stoß zu verbinden Wir müssen uns also entscheiden welche Daten wir übernehmen wollen Es bleibt zu hoffen dass in der Zukunft ein vollständiger technischer Bericht mit Daten auftaucht aber das scheint eher unwahrscheinlich Erkenntnisse aus Foto und anderen Quellen Studien Arbeiten vor der V1 Es gibt eine klare Entwicklung hin zur V1 und die verschiedenen Fotos zeigen diese fortschreitenden und sehr spezifischen Testfolgen Versuche mit verschiedenen Metall und Sperrholzkonstruktionen mit unterschiedlichen Holm Rippen und Flügel Konfigurationen Die Fotos 796 bis 803 und 806 bis 809 zeigen eine Reihe von Tests an verschiedenen Strukturen Die Fotos 804 und 807 zeigen eine Vorrichtung zur Einstellung der Flügeleinstellwinkel für Ober- und Unterflügel Die Überlegungen zur Einstellung des Winkels Flügels stammen aus der Zeit vor dem ersten Einbau in die V1 obwohl bei ihr nur der obere Flügel einstellbar war Das Foto 817 zeigt einen Aluminiumflügel im Test Handelt es sich dabei um dieselbe Struktur wie auf dem späteren Bild 843 wohl eher nicht aber es könnte ein Vorläufer des Entwurfs sein Die Fotos 824 825 sowie 832 bis 838 zeigen weitere Gemischbauweisen in der Erprobung Die Fotos 843 bis 857 zeigen die oberen und unteren Flügel unter verschiedenen Testbedingungen und bei Bruchtests zur Feststellung der tatsächlichen Lastvielfachen V1 Erste Änderung Schienen unter dem Flügel Neupositionierung des oberen Flügels Die nächsten Fotos von 923 bis 930 mit Ausnahme von 925 und 929 zeigen die Montage der Unterflügelschienen und ein Loch möglicherweise ein Lufteinlass in der Mitte des Rumpfes zwischen den Kabinen streben Eine Position die zu den Abmessungen der Ansaugrohre des oberen Rossels UR2 Motors passt Das erste Flugfoto des Flugzeugs erscheint erst mit Foto 930 Es muss aber schon vorher geflogen sein denn dieses Foto zeigt die Schienen unter den Flügeln für die Einstellung des Transportmodus V1 Zweite Änderung Motor Verschoben und Lukendetails Das nächste Bild 948 zeigt weitere Modifikationen Die Wartungsklappe wurde nach oben verlegt direkt hinter die Dreibein Spannturmstrebe während der Abstand zwischen der Spannturmstrebe und der Motor vergrößert wurde um etwa 75 Millimeter Das Anemometer wurde durch ein Staurohr ersetzt was auf dem oberen Flügel montiert ist V1 Dritte Änderung Ruder und Leitwerksänderungen Die nicht nummerierten Bilder 1 bis 4 könnten im Nummernbereich 945 bis 947 liegen da sie die späteren Modifikationen und Änderungen an den Rudern und Seitenleitwerks Anordnungen zeigen Es besteht die Möglichkeit dass auch die Höhenruder wie das Seitenruder geändert wurden Es scheint keine weiteren V1 Fotos zu geben erst sehr viel später bei Treibstoff Tests im Rahmen der V36 Der Rumpf war also zumindest noch einige Zeit nach seinem letzten Flug vorhanden Es wurden keine Fotos gefunden die die V1 V2 oder V3 zusammen zeigen Allgemeine Schlussfolgerungen Bei der Entwicklung der V1 scheint es mindestens vier Phasen gegeben zu haben Der ursprüngliche Entwurf die Flügelposition durch Flügelschienen unter dem Flügel das nach vorne verlegte Triebwerk und Änderungen am Seitenruder Focker investierte viel Zeit und Mühe mit der Optimierung und führte zahlreiche Tests mit verschiedenen Metall- und Speerholzelementen durch Die Strukturen und Entwürfe waren zu dieser Zeit einzigartig und versprachen leichte und stabile Konstruktionen Eine Frage die man sich stellen muss ist Warum nach dem Aufwand für die V1 nur die V2 und V3 eine Familienähnlichkeit aufweisen Focker war dafür bekannt dass er verschiedene Motoren Rotations- und Reihenmotoren an ein und derselben Zelle ausprobierte Es lässt sich nur vermuten dass das Aufkommen des Zoppel- Dreideckers und der Wunsch der Flieger-Truppe nach einer Gegenmaßnahme zu diesem Richtungswechsel führten Berücksichtigt man den Wunsch die Struktur zu vereinfachen und die Produktionskosten zu senken kommt man zu V4 Das zusätzliche Gewicht der Stromlinienform angesichts der verfügbaren Motorleistung muss ebenfalls eine Rolle gespielt haben Aber war es wirklich so? Das letzte in Serie gebaute Jagdflugzeug war die Focker V26 bzw. V28 also die E5 bzw. D8 und genau betrachtet ist dieses Flugzeug die konsequente Weiterentwicklung der V1 ohne ihren Unterflügel und ohne die stromlinienförmige Rumpfform und anstatt mit fortschrittlichen Pendelrudern den zeitgenössischen Steuerflächen Quasi bildete die D8 die damals zeitgemäße Symbiose aus modernster Innovation verpackt in zeitgemäßer vertrauenswürdigem Erscheinungsbild Letztendlich aber ist die V1 der Urahn aller nachfolgenden V-Modelle und vieler anderer Flugzeuge Ihr Einfluss auf die gesamte Flugzeugindustrie darf nicht unterschätzt werden Viele ihrer Konstruktionsprinzipien fanden Einzug in den Segelflugzeugbau der Zwischenkriegs- und Nachkriegsjahre Entwurf eines 3D-Modelles Alle diese Forschungen sollten den Bau eines vollständig detaillierten 3D-Modells für das virtuelle Fockermuseum des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wieschenbeuren ermöglichen Daher begannen die Versuche im April 2009 Das Modell wurde soweit fertiggestellt, wie es die Daten und Informationen zuließen Das 3D-Modell der Focker V1 Und so begann Gary Moss mit der Ausarbeitung des virtuellen Modells, wobei er sich bewusst war, dass sich die Dinge im Laufe der Entwicklung des Modells ändern würden. Begonnen wurde mit dem Rumpfgerüst, da dieses für die Gesamtform und die Ausstattung, wie z.B. die Position der Flügel usw. entscheidend ist. Die Arbeiten hieran begannen im April 2009 und wurden ein Jahr später abgeschlossen. Das Modell wurde nach Erhalt der zusätzlichen Fotos, die oben aufgeführt sind, noch nicht aktualisiert. Die folgenden Schnappschüsse vom Rechnerbildschirm des 3D-Modells sollen einige der wichtigsten Merkmale dieses revolutionären Flugzeuges zeigen. Dicke Tragflächen, Pendelruder, freitragende Flügel und ein fast ganz glattes Äußeres, frei von den üblichen Spannträten der anderen sonstigen Flugzeuge. Denken Sie hierbei immer daran, dass wir uns im Dezember des Jahres 1916 befinden. Ein weiterer ungewöhnlicher Punkt ist der Mechanismus zur Einstellung des Anstellwinkels des oberen Flügels. Wie wurde das umgesetzt? In den beigefügten Bildern hat Geri Moss damals eine Anordnung vorgeschlagen, von der wir heute wissen, dass sie so nicht aussah. Hieran zeigt sich schön, wie wir während der Recherche lernen. In einer Neuauflage wird das dann berücksichtigt werden. Lassen Sie uns mit den ersten Grafiken aus dem 3D-Programm beginnen. Bild 1 Linke Seite im Cockpit-Bereich Bild 2 Längsschnitt Bild 3 Draufsicht Bild 4 Ansicht von schräg vorne Bild 5 Fahrwerksverkleidung und Lüftungsschacht im unteren Rumpfteil Holzplatten zum Aufbocken des Flugzeugs unter der Achse Bild 6 Einstellwinkeländerung der Tragfläche Es wurden einige neue Details entdeckt, die die Art und Weise betreffen, wie die Ruder und Höhenruder an den Torsionsrohren befestigt sind. Nachfolgend finden Sie die neuen Details, die in einem CAD-Paket erstellt wurden, wobei das Foto 865 als Referenz dienst. Die Angabe plus minus 3 Grad in diesem Foto war damals eine Annahme unsererseits. In der Typenliste steht tatsächlich drin, dass die Tragfläche einstellbar war in einem Bereich von minus 1 bis plus 7 Grad. Auch das wird in neueren Grafiken dann berücksichtigt werden. Foto 865 Detail der Steueranordnung Gleiche Anordnung für die Seiten- und Höhenrutensteuerung Ruderholme 1 Torsionsrohrklemmen 2 Steuerhorn 3 Höhenleitwerksträger 4 CAD-Entwurf von Ruder und Steuerwelle Verwendete Programme 3D-Modell 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 AC-3D CAD-Konstruktionen erfolgt mit Solid Edge 2021 Anhang A IDFLEG-Norm Nr. 9 Laufrad-Tabelle Abmessungen und Belastungen Aus Normalien der Inspektion der Flieger-Truppen IDFLEG-Norm 9 Gruppe Flugzeuge Anhang B Weitere Versuche Es gibt noch viele weitere Bilder, die wir zum Teil schon gezeigt haben, die Tests der Versuchsabteilung von Focker zeigen. Alle Bilder stammen aus dem Archiv des Museums für Flugzeugbau und Technische Geschichte. Foto 808 Belastungsversuch eines abgespannten Rohrholmes Foto 809 Nach dem Belastungsversuch Foto 824 Flügelholm Test Nr. 103 Bruch des Holmes am Befestigungsbeschlag Foto 825 Flügelversuch Holm mit Sperrholzsteg Gepresste Aluminiumrippen und Außenhaut des Flügels aus Aluminiumblech Foto 832 Flügelholm Versuch 1000 kg 4,5 fache Last Holm mit Aluwinkeln Foto 835 Tragflächenholm Test ohne Nummer 1123 kg Fünffache Belastung Sperrholz-Kastenholm-Konfiguration mit 45 Grad Außenlagen Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im kommenden Band 2 von Engels E3 in Detail Foto 836 Flügelholm Versuch ohne Nummer 632 kg 3,5 fache Last Ähnlich Foto 832 Foto 837 Ein weiterer Holmtest ohne Nummer Ähnlich wie Foto 835 Sperrholzbeplankter Kastenholm mit Sperrholzaußenlagen um 45 Grad gedreht Foto 838 Holmgurte aus Winkeln Holmsteg aus Sperrholz Innenfach aus Stahlrohren Anhang C V2 und V3 Werkszeichnungen Abgesehen von der Fokker Typenliste und den dort angegebenen Abmessungen und den Werksfotografien gibt es bisher nur sehr wenig originales Fokker Quellenmaterial über die drei ersten bei Fokker entworfenen und gebauten V-Flugzeuge Dies sind die einzigen Werkszeichnungen, die bisher aufgetaucht sind Keine dieser Zeichnungen zeigt die V1 Man beachte, dass Fokker dachte, dass die V1 der nächste Typ sein sollte, den das Militär von ihm kaufte Daher wird sie bei einigen Belastungsversuchen auf den Kreidetafeln als D6 bezeichnet Ebenso weisen diese Zeichnungen, die V2 und V3, als Fokker D7 aus In Wirklichkeit haben diese Flugzeuge nichts mit dem später berühmten Kampfflugzeug D7 zu tun, außer der direkten Abstammungslinie Vorderansicht Diese Zeichnung existiert in zwei Versionen, einmal in voller Spannweite, einmal mit der linken Flügelseite abgeschnitten Da die unten dargestellte Version das Querruder-Orangement gespiegelt zeigt, wird sie wohl eine Montage sein Bitte beachten Sie auch, dass die Draufsicht der Querruder-Anlenkung aus einer anderen Zeichnung stammt und hier nur eingefügt wurde Die Hinterkante des Flügels liegt hierbei oben Das Fahrgestell Ein Hang D Die V2 und die V3 V2 in ihrer ersten Form Die Zeichnung beinhaltet einen leichten Fehler, die Vorderkante des Oberflügels sollte stärker gepfeilt sein V2 in der Versuchsabteilung V3 mit dem abgeänderten Leitwerk Es wird berichtet, dass dies auf Anregung von Richthovens geschehen sein soll, da er die Albatross-Leitwerke für vorteilhafter hielt V3 mit Leitwerk im Albatross-Stil V3 und V5 Seite an Seite Ein Hang E Das Schicksal der V1 Als Focker seine Experimente mit der Fahrwerkstankanordnung durchführte, war auch hier die Sicherheit sein Hauptanliegen Anfang 1918 hatte er noch den alten Rumpf der V1 und errichtete eine Versuchsanordnung mit zwei Focker D7, die mit ihrem Propeller für Fahrtwind vor der unglücklichen V1 sorgten, die mit einem Treibstoff Tanks in der Fahrwerksverkleidung ausgestattet war Focker als eifriger Kameramann ließ den Vorfall filmen Der Film verrät, dass mehrfach gegen den Treibstofftank geschossen wurde, bis er in Brand geriet Die Flugzeugzelle selbst wurde durch den abfließenden Treibstoff kaum in Mitleidenschaft gezogen Ein weiterer Sicherheitsgedanke, der sich bewährt hat Die Treibstofftankanordnung wurde später in einigen D8 und Focker C1 übernommen Unser wagemutiger Focker im Strom des auslaufenden Benzins aus dem Fahrgestelltank, um zu sehen, wie warm es wohl sein mag Die Autoren Jerry Moss Er hat 15 Jahre in der australischen Luftwaffe gedient und war dort nahezu überall in Australien und auch vielen Übersee stationiert Als Quereinsteiger kam er zu den Wartungstechnikern der Flugtriebwerke Mittlerweile arbeitet er auch seit 15 Jahren mit CAD und 3D-Grafikprogrammen Begonnen hat er 2003 mit dem Entwurf und der Gestaltung von Flugzeugen und anderen Objekten für Flugsimulationen Sein ursprüngliches Hauptaugenmerk lag auf dem Ersten Weltkrieg Später kamen auch Objekte des Zweiten Weltkrieges hinzu Außerdem ist er begeisterter Modellbauer und baut alle möglichen Bausätze in den unterschiedlichsten Bereichen Eine seiner Arbeiten ist auch das Sammeln von historischen Informationsquellen als Referenz für den Modellbau Um ein nützliches Archiv für Modellbauer zusammenzustellen Dieses Archiv umfasst mittlerweile Bücher, Magazine und viele elektronische Dateien 2009 besuchte er Achim Engels zum ersten Mal Diese Besuche wiederholten sich jedes Jahr Einer davon dauerte drei Monate Beide arbeiten an den verschiedensten Projekten und erweitern das historische Archiv ständig, um es weiter auszubauen Das Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Ersten Weltkrieg, erstreckt sich aber teilweise auf Dinge bis 1920 Die Firma Mossi 3D CAD wurde 2011 gegründet und bietet CAD-Dienstleistungen für jeden, der dies nutzen möchte Einige Projekte waren merkwürdig, andere waren modellbezogen Sein Kundenkreis erstreckt sich weltweit, von Alaska bis Australien Am Flughafen Heathrow trägt der Globus der Turkish Airline das von ihm entworfene Modell einer 777 im Maßstab 1 zu 10 Die Hauptarbeit jedoch produziert auf Bausätzen im Maßstab 1 zu 24 und beinhaltet auch vollständige Bausätze aus Resin Er arbeitet mit Solid Edge als Software, die sich hervorragend eignet, um Ideen zu verwirklichen Seit Anfang 2020 baut er auch gemeinsam mit Achim Engels eine Reihe von eigenwilligen Plastikmodell-Übersätzen unter dem Etikett Fockernatz Models Achim Engels Flugzeugenthusiast, Flugzeugbauer, Flugzeugbesitzer, Pilot, Autor Geboren 1972 in der Daimler Stadt Schaumdorf im südlichen Baden-Württemberg in der Nähe Stuttgarts Mit dem Modellbau hat er begonnen, da war er wohl 6 Jahre alt Und seit er sich erinnern kann, geht der Blick nach oben, sobald es dort brummt Keine Idee, woher diese Liebe zur Fliegerei kommt Da er in erster Linie in der Familie der Erste ist, der diese Leidenschaft hierfür entwickelt hat Sein erstes Flugzeug hat er gebaut, weil er keine Möglichkeit hatte, sich sonst irgendwie mit Flugzeugen zu umgeben Das war ein Dreidecker für das Autor- und Technikmuseum in Sinsheim Danach gab es etliche Artikel und Bücher im Eigenverlag Irgendwo auf dem Weg stolperte er über Jerry und beide wurden Freunde Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass dieses Audiobuch für euch interessant Und vielleicht auch ein Stück weit unterhaltsam war Für die Mankos in meiner Vortragsstimme möchte ich mich entschuldigen Ich bin ja kein gelernter Sprecher, also etwaiges Schmatzen, Glucksen oder auch Versprecher Die gehören im Leben dazu und die habe ich auch weitestens drin gelassen Das Buch wurde von mir einfach so, wie es war, vorgelesen und mit den entsprechenden Bildern untermalt Das ist natürlich ein Heidenaufwand, viel Arbeit Wenn ihr das in irgendeiner Form unterstützen wollt, denkt mal darüber nach, ob ihr auf unserer Patreon-Seite nicht unterstützendes Mitglied werden wollt Das kostet euch auch nur 5 Geldeinheiten im Monat Ansonsten gibt es dort viele andere Dinge zu sehen, die interessant sind Und die ihr käuflich in unserem Museumsladen dort erwerben könnt Auch damit könnt ihr das Museum unterstützen Dinge wie dieses Buch gestalten sich nicht aus dem Nichts heraus Sie kosten viel Zeit Etwas Unterstützung wäre schön Ansonsten könnt ihr sie auch weiterhin kostenlos nutzen Eben wie die Bücher auch als Download zur Verfügung stehen Auf unserer Internetseite www.collectors-edition.de Als Beispiel Es gibt natürlich auch die Möglichkeit das Museum mit Materialspenden zu unterstützen Wenn ihr altes Werkzeug habt, das ihr nicht mehr braucht für die Holzbearbeitung oder Metallbearbeitung Überlegt euch mal, ob ihr uns das nicht zukommen lassen wollt Wenn ihr noch Material habt, mit dem ihr nichts anzufangen wisst, wie gute brauchbare Holzleisten in allen möglichen Holzsorten Nehmen wir auch gerne entgegen Sperrholz brauchen wir immer Spannlack, Bootslack, derartige Dinge Könnt ihr uns mit unterstützen Und wenn euch gar nichts besseres einfällt Über Paypal an meine E-Mail-Adresse www.engels-advocateam-schorndorf.de Könnt ihr auch finanzielle Zuwendungen senden Die dann direkt an das Museum gehen Das wandert also nicht in meine Tasche Weil ich selber mache mit Geld nichts mehr Aber das steht auch in einem anderen Blatt Das Museum könnt ihr damit gerne unterstützen Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Buch gefallen hat Bis zum nächsten Mal Jetzt mache ich mich an die englische Ausarbeitung für dieses Büchlein Und jetzt mache ich mich an die englische Ausarbeitung für dieses Büchlein